Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, ein neues Ründchen hier heute. Hey, meine Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein Shisha-Video und zwar für eine Produktvorstellung. Natürlich kombinieren wir das Ganze auch heute wieder mit einer Tabakvorstellung. So haben wir wieder Toa in A. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache sein soll. Und zwar dreht es sich heute um die gute Boss-Seidon von den Shisha-Warentestern. Die werden wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Das ist somit der neueste Teil, was aktuell jetzt rausgekommen ist. Auch wenn da schon wieder 130.000 andere Pfeifen rausgekommen sind. Ich sage da gar nichts zu. In Kombination mit einem 187-Straßenbande-Tabak hier, ihr habt mir die Ohren vollgejault. Ich habe mir jetzt einen gekauft, den Lemoon. Den werden wir am Ende unter die Lupe nehmen, Freunde. Wir gehen aber vorerst, wie immer mal, in den Abbau und in den Lieferumfang des Ganzen. Kommen dann zum Abschlussfazit hin und zur Tabakvorstellung. Also, konzentriert euch. Ich gebe ab. Ja, Freunde, und dann kommen wir immer mal in den Abbau. Ich hoffe, das passt jetzt so auch vom Sound. Ich musste die Kamera auch ein bisschen anders hinstellen, weil die schon nicht klein ist, die Pfeife. Tut mir leid, wenn das hier unaufgeräumt ist. Ich bin hier gerade mal wieder am Umbauen. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich hier dauerhaft am Umbauen. Ja, man ist nie zufrieden, ne? Tut alles nächste Sache, wir kommen zu Boss-Seidon. Ja, von den Shisha-Warentestern. Denn die haben jetzt auch eine neue Pfeife auf den Markt gebracht, die sich Boss-Seidon schimpft. Oder so haben sie das Schätzchen hier getauft. Ich habe hier die Shiny-Variante, Freunde. Es gibt drei verschiedene. Einmal die Clear, einmal die Rainbow und die Shiny, die ich jetzt hier habe. Die Rainbow ist blau mit diesem Shiny-Effekt. Und die Clear ist halt komplett klar Glas. Wir haben hier die Shiny-Variante, Freunde. Und ihr seht auch schon hier auf dem Bild, das ist schon, ja, Kategorie MC Monster. Ja, also wenn du da irgendwo eine Schlägerei hast, scheiß auf Kollegen, nimmst einfach die Pfeife mit an eine Leine. Ja, die regelt dann schon in der Regel. Wir bauen da Dinge wie immer ab, damit ich das gleich befüllen kann und losschnorcheln. Ja, was haben wir alles bei der Pfeife dabei? Ihr habt auf jeden Fall einen integrierten Schliff mit 29-2er Schliff. Nicht mit dem 18-8er, sondern mit dem 29-2er, was ich clever finde, einen größeren Schliff hier anzusetzen, weil die größeren Dinge halt einfach ein bisschen massiver sind oder, ja, fuck da ein 18-8er Schliff drin, das Ding wiegt ein bisschen was. Hier ein graziles Glasteil zwischen, knackt ihr safe irgendwann durch, ja. Das wurde hier auf jeden Fall gut gelöst mit dem 29-2er Schliff. Ihr könnt hier Molassefinger, was weiß ich nicht, alles zwischenknallen. Könnt das Ding hier, wie gesagt, auseinanderschrauben, den Kopfanschluss. Es sind jeweils zwei Dichtungen dabei, also eine Austauschdichtung, zum Zubehör können wir aber gleich noch. Das Ganze ist wirklich schön verarbeitet, Oberflächengüte hier, sensationell, geiles Teil. Ihr habt hier noch eine Unterlegsscheibe, die ist nicht blau, da ist einfach nur eine Folie drüber, die habe ich jetzt nicht abgemacht. Was mir nicht gefällt, ist der Teller. Der wird dem ganzen Boss irgendwie nicht so ganz würdig. Er ist sehr, sehr dünn und ich kann ihn knicken. Ja, ist immer, ja, so ein kleiner Schönheitsfehler, der Teller. Müsst ihr eventuell von einer anderen Pfeife nehmen oder ihr lasst ihn drauf. Ist jetzt kein Beinbruch, aber ich erwähne es halt, ja, weil ich schon ein paar Pfeifen oder ein paar Pfeifen sind schon durch meine Hand gegangen. Da ist mir das jetzt hier natürlich aufgefallen und ihr habt hier halt die Tatzen hier drauf. Ah ja, machte nichts noch. Das Logo von den Jungs hier drauf in klein. Ich hoffe, man erkennt so ein bisschen, der reflektiert natürlich alles. Ja, den Teller finde ich nicht so schön. Kopfanschluss und alles ist wirklich top. Auch die Gewinde da laufen echt sensationell, muss man wirklich sagen. Wir kommen zur Base und zur Rauchsäule und zum Taucher. Sehr, sehr kurzes Grobgewinde, Freunde, was auch wirklich astrein funktioniert. Auch hier von innen innerhalb der Base, da werde ich aber gleich, ich werde das Taucher abmachen, dann sieht man das besser. Gewinde laufen gut. Gewinde laufen echt gut, da kannst du nichts sagen. Base von innen sieht wirklich knackig aus. Ja, also hier ist auch nichts wirklich, hier ist auch nichts scharf. Also bei mir ist hier nichts scharf. Ich kann hier ohne Probleme durch, kannst du auch deinen Sack reinhängen. Würde ich nicht empfehlen. Wirklich schön verarbeitet, also da muss man wirklich festhalten. Rauchsäule ist natürlich aufgrund auch der Pfeife und der Größe geschuldet. Sehr geil, ist ein Klopper. Ist ein Klopper mit dem Drang zum Grazieren. Ja, also die Jungs wollten hier nicht so den Überbomber trotzdem haben. Also ich finde, das merkt man schon. Es wird sehr, sehr viel Material hier teilweise an den Mittelpunkten abgetragen. Dass das Ganze trotzdem ein bisschen graziler wirkt. Es ist schwierig bei so einer Größe das hinzukriegen. Die Rauchsäule finde ich an sich von der Optik her nicht schlecht. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ich habe hier ein paar Macken drin. Ja, also oben gerade. Ich weiß nicht, ob das aufgrund der Lieferungen hier ist. Hier so ein bisschen so ein paar Schreiberungen. Ja, oder ob der L einfach mal wieder keine Lust hatte. Oder aufgrund des Schnees, ja, dass die irgendwo vom Baum gefahren sind und dass die Pfeife mitbekommen hat. Es sind zwei, drei kleine Schrammen hier drin. Keine Kratzer, nichts Tiefes, sondern Schrammen. Das wirst du easy wegpoliert kriegen. Aber ich muss es halt erwähnen, weil es hier bei mir ist, ja. Ansonsten ist es Taco. Ansonsten ist es Taco. Tauchrohr, Freunde. Ja, ein stinknormales Tauchrohr. Ja, leicht poliert hier die Oberfläche alles. Auch hier sind die Gewinde erst rein. Ihr habt die Möglichkeit, einen Diffuser dran zu schrauben. Der ist mit im Lieferumfang enthalten. Ihr könnt den aber auch abmachen. Und ihr habt es egal, von welcher Seite ihr denn dran schraubt. Ja, also die Gewinde sind an beiden Seiten gleich. Dann müsst ihr nicht hier und dann, ah, scheiße, nochmal umdrehen. Ja, könnt einfach Augen zu und dran schrauben. Ist ein typischer Diffuser, Freunde. Ja, auch der ist gut verarbeitet. Ja, also da kannst du nichts sagen. Machen wir weiter mit der Base. Ihr könnt zum Start mit einem Schlauch anfangen zu rauchen. Allerdings könnt ihr auch auf vier Schläuche erweitern, ja. Da müsst ihr allerdings im Shop gucken. Wie gesagt, die Links sind alle unten drin. Wer sich das mal genauer angucken möchte. Sonst habt ihr zwei Blindstoffe und ein Ausblasventil noch mit bei. Ihr bekommt noch Ersatzkugeln dabei. Falls ihr mal eine verliert, das passiert mir immer das ein oder andere Mal sehr, sehr gerne. Aber ansonsten sieht das auch hier wirklich in Ordnung aus. Ich habe hier keine scharfen Kanten oder sonstiges dran. Sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Alles sehr, sehr weiche Oberfläche. Also sehr, sehr glatt alles. Ich finde es gut. Und gewichtstechnisch, also die Base wiegt jetzt nicht viel. Ich hätte mehr gedacht. Da wiegt die Säule schon einiges mehr. Wirkt natürlich von der Größe auch so. Aber ich habe auch schon Bases gehabt. Die haben, das heißt, acht Ziegelsteine in der Hand. Das ist hier nicht so. Also ich finde, das geht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Kommen wir noch zur Bowl. Und auch die ist in Ordnung. Ihr habt hier unten so eine kleine Einkerbung für ein LED-Pad. Da bin ich kein Freund von. Weil das mindert. Ich finde, das mindert für mich, ist meine persönliche Meinung. Das mindert für mich immer so ein bisschen die Hochwertigkeit oder den Anschein von Hochwertigkeit. Ja, weil das halt, ja, ich möchte hier keine Marke schlecht regnen, aber das ist halt bei Amy kam, das meine ich. Und Amy sind nun mal Mittelklasse Pfeifen. Ja, mit denen kannst du auch gut rauchen. Aber da war das halt. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwie denke ich dann immer, ich weiß nicht, ob man das unbedingt haben muss. Ja, dann lieber so selber was bauen, wo man das draufstellt komplett. Er tut jetzt der Sache nichts. Ja, also die Bowl-Dicke ist in Ordnung. Ja, da macht das jetzt hier auch nichts weg. Ja, aber das ist für mich halt so ein optischer, optischer Aspekt. Ich habe hier keine Blase drin. Ich habe hier wirklich keine Blase drin. Zwei, drei so, so, so mini itzy bitzy Dinger. Aber ansonsten wirklich nichts. Ihr habt hier unten noch das Poseidon Logo drauf. Ja, ist auch wirklich gut drauf gelasert, müsste das, meine ich, sein. Aber auch ansonsten, ja, es ist alles gerade geklebt. Ja, das sieht wirklich alles gut aus. Ich bin kein Fan von diesen Shiny-Klamotten, ja. Bei mir ist mittlerweile entweder clear oder, ja, mustertechnisch, ich weiß es nicht. Ich bin eher so der Clear-Typ geworden. Das kommt aber auch mit der Zeit, Freunde. Auch das ist Geschmackssache. Ja, ich bin kein Shiny-Fan. Aber das, wie gesagt, da gibt es ja auch noch zwei andere Variationen von der Pfeife. Lieferumfang, Freunde. Ihr habt eine Zange dabei. Ihr habt natürlich ein Schlauchendstück dabei. Und ihr habt noch ein Mundstück dabei. Guck mal her, hier ist natürlich alles Edelstahl, Freunde. Ja, ist alles Edelstahl hier. Wie auch das Mundstück, ja. Auch hier nochmal das Poseidon Logo drauf. Ich hoffe, man erkennt es so ein bisschen. Denn das Mundstück ist der Rauchsäule nachempfunden, finde ich. Oder man merkt, ja, dass das beide safe zusammengehören muss, aus meiner Sicht. Was ich wirklich eine schicke Sache finde, weil es auch gezeigt hat, dass sich hier ein bisschen Gedanken geworden machen ist. Oder Gedanken gemacht worden sind. Deutsch ist da. Allerdings bin ich auch kein Freund von Edelstahl-Mundstücken. Weil die sehr, sehr schwer werden können nach der Zeit. Ja, oder wenn du es die ganze Zeit in der Hand hast. Ich bin halt, was Mundstücke angeht, eigentlich ein Glas-Typ. Ja, ab und zu mal ein Carbon-Mundstück oder so. Die wiegen auch nichts. Aber ich bin eigentlich voll der Glas-Typ, was Mundstücke angeht. Natürlich können die leichter kaputt gehen. Hier geht eher das kaputt, worauf das Teil drauf fällt. Optisch finde ich es nicht schlecht. Ja, auch von der Größe her, von der Länge her. Das passt alles. Aber ich bin kein Edelstahl-Freund, was Mundstücke angeht. Weil wenn du mit deinem Mund rangehst, ist das immer so ein leichter Mitgeschmack, finde ich. Mit bei. Aber ist Geschmackssache, Freunde. Des Weiteren habt ihr einen Tonkopf dabei, mit einem etwas kleineren Depot. Ja, aber es ist im Prinzip ein normaler Tonkopf. Den brauche ich euch nicht auspacken, ja. Ihr habt doch ein Kamin-Set dabei und einen Silikonschlauch. Somit könnt ihr quasi, wenn ihr das Teil euch zulegen möchtet, direkt starten. Ja, wenn ihr mit mehreren Leuten drauf wollt, kauft euch noch einen Anschluss dazu. Aber ansonsten, Freunde, war das der Lieferumfang. Das kommt in so einem Karton hier hinten, ja, den ich hier habe. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wie gesagt, sind halt so Schönheitsfehler für mein Auge jetzt. Was so die Negativaspekte hier für mich wären. Aber verarbeitungstechnisch ist hier alles in Ordnung. Ja, also da müsste ich jetzt frei irgendwas erfinden. Wenn irgendwas nicht so wäre. Wie gesagt, ich habe in der Raussäule zwei, drei so kleine Schrammen oben, die da aber wegpoliert bekommen würdest. Ja, ich schiebe es jetzt auf den Liefer-VC oder dass die Sachen aneinandergeschraubt waren oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten, ja, der Teller ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Was mir gar nicht gefällt. Optisch so wie, ja, weiß ich nicht. Das ist hier dem Namen nicht so ganz würdig. Und ich würde sagen, genug geblabelt hier. Gehen wir rein ins Endfazit, in den Preis und ins Rauchen. Ja, bis gleich. Hello. Ey, gehen zum zweiten Mal. Die Lunte ist an. Und rauchen tut sich das Ding hier nicht schlecht. Ihr könnt natürlich mit dem Wasserstand noch ein bisschen variieren. Ich habe jetzt den dritten Hubbel. Ich hoffe, man erkennt es. Ich kriege es anders irgendwie nicht mit der Kamera hin. Aber ihr habt es ja gerade im Abbau gesehen. Und ich denke, so sollte es eigentlich auch funktionieren. Da muss es packen wir nochmal ein bisschen beiseite, damit wir hier freie Bahn haben. Ich habe das Wasser jetzt so leicht über den dritten Bubble hier noch gemacht. Ich habe den Diffuser, wie gesagt, dran. Das hört man auch. Und vom Rauchen her finde ich es eigentlich sehr, sehr angenehm. Was ihr halt merkt, dass das ganze Ding schon eine Wucht ist. Also schon Kategorie Monster. Ich stehe auf die filigraneren Sachen. Dabei bleibe ich auch. Von den großen Dingern bin ich so ein bisschen weg. Kann aber absolut nachvollziehen, wenn sich Leute sowas zulegen. Ich habe halt hier ein bisschen Angst. Ich stelle die Pfeifen auch immer lieber auf Eck. Vom Tisch. Weil die Dinger hier, die halten bei mir eh nicht so lange. Ja, die sind leicht vorbelastet. Deswegen lieber auf der Kante. Da habe ich das Bein da drunter, damit ich hier nicht Gefahr laufe. Mit Wasser wiegt das Ding richtig, richtig viel. Ja, mit Wasser wiegt das Ding wirklich richtig, richtig viel. Ja. Ausblasen. Auch hier ist Wumme hinter. Allerdings habt ihr hier kein Close-Chamber-System, sodass ihr die Bowl nicht komplett leer bekommt. Und vom Gesamtfazit bin ich bei den Cavaliers. Ich knall euch das Video auch mal unten rein, was ich finde, sehr, sehr gut geworden ist. Das ist ja auch über diese Pfeife. So habt ihr nochmal eine zweite Meinung. Die gehen nochmal detaillierter drauf ein. Und die haben eine Sache gesagt, bei der ich auch ein bisschen bin oder die ich ein bisschen vermisst habe. Und zwar eine Sache, die die Pfeife ausmacht. Komplett ausmacht. Die so ein bisschen abhebt. Ja. Oder generell, das fehlt mir hier so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist es ein kompaktes Paket. Ja auch alleine vom Zubehör her, von der Optik. Das muss euch gefallen. Ja. Ihr kauft euch keine Pfeife, die ihr optisch scheiße findet. Damit beschäftigt ihr dich in der Regel nicht. Ja. Ansonsten funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Alles weitere habe ich im Abbau eigentlich schon gesagt. Die Shiny-Varianten, so wie die Rainbow, kosten 219 Euro. Und die Clear-Variante, die ich persönlich am schönsten finde, kostet 199 Euro. Aber Links sind wie gesagt alle unten drin. Ja, also wer das abchecken möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Ansonsten finde ich das Ding echt nicht schlecht. Ja. Das ist mir halt zu groß. Das ist mir halt zu groß. Auf jeden Fall aber noch dranbleiben am Ende, wir werden das Ding hier noch verlosen. Ja, wir haben Weihnachten, da werden wir das safe verlosen. Also, lauscher auf. Damit kommen wir jetzt erstmal zu dem Tabak hier 187 Straßenbande. Ja, ich bin gespannt. 200 Gramm, 16,90 Euro. Das Ganze ist ready to smoke, braucht ihr nicht mehr anfeuchten. Braucht ihr auch nicht umzippen. Also, den Tabak könnt ihr hier ohne Probleme drin lagern. Schnitt, Feuchtigkeit, sensationell. Muss ich sagen. Schnitt und Feuchtigkeit ist sensationell. Le Moon. Ja, ich wusste nicht, was das sein soll. Ich habe mal so ein bisschen die Dose gedrückt. Da riecht es dann so leicht raus, bevor ihr den kauft. Zitrone Limette. Allerdings ist die Zitronennote, finde ich, die driftet für mich leicht in so eine Zitronenkuchennote ab. Ja, also es ist keine wirkliche Nimmzweinote aus meiner Sicht. Dieses Limettige, Spritzige kommt hinten raus, gerade wenn ihr einen Tiefenzug nimmt. Es riecht nicht schlecht. Allerdings bremst mich immer wieder diese Zitronen. Dieser Zitronen-Touch, der für mich leicht Richtung Zitronenkuchen geht. Alles in allem riecht er aber echt nicht schlecht. Zum Rauch und zum Geschmack-Setup habe ich gerade vorgestellt. Rauchtechnisch muss ich nichts sagen. Das ganze Quarm wie Hulle. Was ihr hier merkt, ist, dass hier eine Mentholenote mit bei ist. Die auch nachhaltig im Mund bleibt, unterm Gaumen. Ja, sie geht jetzt nicht wirklich Richtung Kehlkopf, aber sie ist unterm Gaumen, was so etwas leicht Bitteres mit sich bringt. Er schmeckt fast, wie er riecht. Er schmeckt wirklich fast, wie er riecht. Was mich hier stört, ist die Zitronennote. Weil die leicht Richtung Zitronenkuchen geht. Ich weiß nicht, warum. Ansonsten ist er nicht schlecht. Ja, ist ein solides Ding, muss ich sagen. Ja, verpasst mir jetzt keine Erektionen, aber er ist nicht schlecht. Ja, also du kannst ihn rauchen. Er ist mir einen Touch zu bitter. Er ist mir wirklich vom Gesamten her einen Touch zu bitter. Aufgrund der Mentholenote in Kombination mit dieser Zitronennote. Die Mentholenote ist wirklich nice. Also das finde ich wirklich nicht schlecht. Der lässt sich auch entspannt rauchen. Also du kämpfst jetzt hier nicht. Oh mein Gott, ist das zu kalt. Dann auf gar keinen Fall. Auch geschmacklich. Der Geschmack ist da. Er ist jetzt nicht übertrieben vollmundig, aber der Geschmack ist definitiv da. Angenehmes Level, finde ich. Hier drückt auch nichts, hier kratzt nichts. Geht wirklich locker vom Piss weg, das Ganze. Einfach Tonkopf bis zum Rand. Drei Kohlen, Kamin, Peng. Dann kannst du den locker Flocki rauchen. Ich will mir eine Probierempfehlung, Freunde. Ich finde den jetzt nicht schlecht. Den Kauf brauche ich jetzt hier nicht. Wie gesagt, verpasst mir jetzt keine Kirmes in der Hose, aber er ist nicht schlecht. Also die Dose wird, denke ich, mit der Zeit safe leer gehen. Können auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer den bereits geraucht hat. Und wie ihr denn so fandet, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Das Gleiche gilt natürlich für die Pfeife. Selbstverständlich. Und ich würde sagen, wir machen das Gewinnspiel, oder? Ja, Freunde, dann kommen wir zum Gewinnspiel, Freunde. Wir sind kurz vor Weihnachten, deswegen hauen wir das dicke Apparello-Teil hier raus. Ich habe bewusst nicht mit dem Mundstück geraucht, nicht mit dem Tonkopf und nicht mit dem Kaminkopf und nicht mit dem Silikonschlauch aus hygienischen Gründen. Ich werde die Pfeife euch noch safe sauber machen, natürlich nach dieser Session hier, klare Kiste. Und dann geht die an euch raus, ja, an den glücklichen Gewinner von euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dem wahren Testerkanal ein Abo dagelassen haben, dem letzten Video Freestyle Rocksteady Gurkensalat zum Rauchen, Hashtag Boseidon in die Kommentare ballern. Und die Jungs auf Facebook abchecken. Ich werde alle drei Links unten reinballern, passend in der Kategorie Gewinnspiel. Wenn ihr das getan habt, werden wir in einer Woche, werde ich den Gewinner bekannt geben, ja, Gewinner bekannt geben, anschreiben in den Kommentaren. Und ja, dann GG auf jeden Fall an dich, mein Junge. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Alle weiteren Links sind ebenfalls unten drinnen in der Videobeschreibung, könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Viel, viel Erfolg auf jeden Fall, bis dahin. Ich wünsche euch eine Menge, Menge Rauch, sehr, sehr viel Geschmack. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und tschüss. Tschüss.